War eine große... Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Und deshalb sei all denen in Erinnerung gerufen, die da krakelen und schreien am Rande dieser Veranstaltung. Der Sozialdemokratie muss man nicht sagen, warum wir für Frieden kämpfen. Nicht der deutschen Sozialdemokratie. Ihr seid Kriegstreiber! Weil wir den Frieden wollen, dürfen wir es euch nicht so einfach machen. Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und auf der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter. Und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus der Krise in der Ukraine suchen, meine Damen und Herren. Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die Europa nicht verstanden haben. Europa, das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu! Seit vier Jahren haben wir gekämpft gegen eine ökonomische Krise, die größte Krise, die wir in Europa je hatten. Und es waren Leute wie die da hinten, die immer die ganz einfachen Lehren hatten, die gesagt haben, raus mit Griechenland, raus mit Portugal, zurück zur D-Mark oder diesen ganzen anderen Blödsinn. Hätten wir auf Leute wie die da hinten gehört, wäre Europa heute kaputt!